So, grüß, sei ich leiden Willkommen zu eHob ServerLex Na, grüß euch zu DLP Revolution So, und wir werden jetzt gleich mal es auch probieren und zwar in einer Höhle zum Gäh Warum? Wir brauchen Obsidian Ja, aber wieder interessant die Geschichte aber es geht ja auch mal da Geht zwei Spinnen und zwei Hexen und ein Creper Okay, ohne Fackeln in der Höhle ist keine gute Idee Danke nochmal, dass ich mich so nett erinnert habe Danke Hexen das habe ich gebraucht Also, das wird mir ja nicht raus in der Kamera Ja, aber egal, ich kann trotzdem was hier Ich bin ja nicht raus in der Höhle Gut, ist ja jetzt halt zum Spiel reinhupfen Okay, ein Faden gehen wir mal zu Am Infused Mana String machen Jetzt aber noch nicht Jetzt aber noch nicht Der wäre nämlich praktisch denn Ich will ein Team mit einem Lambo 4.7 machen Und da ist dann halt so eine Botanische Kennzeichnung dass wir zusammengehören ist schon recht praktisch Also muss ich jetzt suchen dann mal Botanier So, und da recht weit unten Genau, da gibt es sicher nicht Sparseite Botanisch einbleiben Welche braucht man da? Hellgrün Okay, haben wir ein hellgrün So, gleich noch da mal ein bisschen mehr Mana produziert haben können Weil das machen wir jetzt bald mal mit einem verehrten Karn Hellgrün So, 16 brauchen wir dafür Gut, und jetzt gehen wir mal um die Fackeln Und dann ein bisschen Zeig in unser super Lagesystem rein Das, 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 das Hey, da haben wir ein paar Fackeln Jetzt haben wir in die Botanierkisten nur den Leberstein und das Leberholz rein Passt Also genau, jetzt hat sich das halt so zu Leberholz verwandelt bei der Pew Daisy Beziehung gerade beim reinigen Gänseblümchen Schwer, alles zum erklären Botanier ist ja voll einfach, aber es ist Es ist schwer, dass man alles erklärt Was sich dazu führt, dass es dann wieder schwer ist Ehexen hat Okay, Pause beim Skelett, jetzt wollte ich das alles aufdichtun Einfach durchrennen und alles ausleuchten, egal was da irgendwie ist, der Bernstein, der habe ich auch so gefunden, interessiert mich nicht, aber den Wertenherrn DLP Karl denn interessiert er denn, der macht Towncraft, ja, er macht Towncraft, was irgendwie cool ist, weil Towncraft ist, jeder macht Towncraft, jeder macht Towncraft, ne, aber sonst macht jeder, ja und der Lampo 47 müsste auf jeden Fall ein Victory machen, ich habe mich mal so ein bisschen damit befasst, ich habe mich am Anfang und es schaut gar nicht so kompliziert aus, Victory, aber dazu muss ich jetzt erst mal ganz Versetzlinge finden am Anfang und die ganze Welt nach Setzlingen absuchen, sagen wir nicht, die ganze Welt nach mystischen Blumen absuchen, aber schon, ja, die Logik, die ist wieder ganz groß, ganz viel Eisen, ist einmal wunderschön, so, dann haben wir schon wieder bei 5 Minuten, ok, haben wir aber na, den Ball werde jetzt ein bisschen länger machen, den dritten wird es nicht gehen, na, so verrückt bin ich jetzt, ne, die wird halt, aus Green ist, die ganze Treppen, Treppen abminen und, naja, ob diese Kohle können wir auch mitnehmen, und wir haben es ja, eigentlich haben wir es nicht, sonst daten wir es ja nicht mitnehmen, aber, tja, da hat er sich wieder selber, übrigens, die Exe nicht, weil die Exe nicht, weil die Exe nicht, weil die Exe nicht hat, gut, 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 ja, auf jeden Fall, Mann, was soll ich denn sagen, weiß nicht, dass darüber geht, vielleicht, so, ja, da hat er wieder mal, da ist, kann er drauf kommen, das habe ich sagen müssen, weil, kann er drauf kommen, weiß, ähm, jo, Eisen ist, ist mir jetzt einmal egal, Lava und Wasser, jo, ich muss dabei ein paar Mal treppen, so, dann noch, irgendwie aufkommen, was ja sehr kompliziert ist, besonders wenn man so dumm ist, weh und den Weg zurück nicht mehr findet, dann ist den Weg finden sehr schwer, und, Weg, 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 Weg zweiten Part für heute, das ist um heute und bye.